Der Auftakt ist geschafft. Die erste von vier regulären Landtagswahlen in Österreich hat stattgefunden. Niederösterreich hat seinen Landtag neu bestimmt und in diesem Video wollen wir einmal kurz auf das Wahlergebnis blicken, sowie auf die Sitzverteilung und auf die daraus folgenden Koalitionsmöglichkeiten. Beginnen wir mit der SPÖ. Vor fünf Jahren kam sie auf das schwächste Ergebnis in Niederösterreich und dieses hat sie dieses Mal nicht unterboten. Sie hat ein Plus eingefahren, das werden wir auch gleich in der Bilanz sehen, ein Plus von 2,35% und kommt auf 23,92%. Die Grünen stehen etwas stärker da als in den meisten Umfragen prognostiziert. Mit 6,42% geht es allerdings trotzdem ein bisschen nach unten. Allerdings sind die Verluste nicht ganz so stark, wie man es durchaus hätte annehmen können aufgrund der Umfragewerte. NEOS, die liberale Partei, schafft es erstmals in den Landtag in Niederösterreich. Erstmals ist allerdings auch nicht verwunderlich, denn vor fünf Jahren gab es die Partei noch nicht. Das heißt, es ist jetzt auch die erste Wahl seit der Gründung von NEOS in Niederösterreich gewesen und damit die allererste Chance überhaupt für diese Partei in den Landtag einzuziehen. Bei der ÖVP stellte sich die Frage, reicht es für die Verteidigung der absoluten Mehrheit? Es sah ja laut Umfragewerten eher nicht danach aus, aber mit 49,64% hat sie fast die Hälfte aller gültigen abgegebenen Stimmen erhalten und wir werden das gleich in der Sitzverteilung sehen, die absolute Mehrheit an Sitzen konnte sie verteidigen. Und dass die ÖVP das geschafft hat, das liegt vor allen Dingen an einer relativ schwachen FPÖ, die es auf 14,76% gebracht hat. Zwar hat die FPÖ damit den größten Gewinn eingefahren von allen Parteien, die angetreten sind bei der Nationalratswahl, aber man hat viel mehr an Stimmen für die FPÖ erwartet. Und es wird angegeben, dass ca. 150.000 Wählerinnen und Wähler der FPÖ, die bei der Nationalratswahl für die FPÖ gestimmt haben, dieses Mal nicht wählen gegangen sind oder sich nicht für die FPÖ entschieden haben. Und demzufolge ist die FPÖ auch nicht auf die 20% gekommen, die ihr zugetraut worden sind, sondern knapp unterhalb von 15% ist man jetzt bei 14,76% gelandet. Und auf sonstige Parteien entfallen mickrige 0,11%. Wenn wir auf die Gewinne und die Verluste schauen im Vergleich zur letzten Landtagswahl, dann sehen wir an Platz 1 bei den Gewinnen die eben angesprochene FPÖ mit plus 6,6%, beziehungsweise um es ganz genau zu sagen 6,55%. Aber wie ich auch erwähnt habe, ist das trotzdem für die FPÖ eine Enttäuschung, denn man hatte viel mehr erwartet, man hat sich viel mehr ausgerechnet und demzufolge sind diese 6,6% zwar ein klarer Sprung nach vorne, aber nicht so ein klarer Sprung, wie man es erwartet hat. Man konnte zum Beispiel der ÖVP nicht die absolute Mehrheit streitig machen. Neos kommt auf Platz 2 der Gewinner mit 5,15% im Plus, aber das ist ja auch ganz logisch, denn wie gesagt, vor 5 Jahren gab es die Partei noch nicht und demzufolge war jede Stimme für die Partei auch gleichzeitig eine Stimme, die zu den Gewinnen gehört. Und der dritte Gewinner im Bunde ist die SPÖ. Mit plus 2,35% erholt sie sich ein kleines bisschen von der katastrophalen Wahl vor 5 Jahren, als man auf den historischen Tiefstand gefallen ist. Bei den Verlierern gibt es zwei kleinere Verlierer und einen großen Verlierer. Die beiden kleineren Verlierer heißen Grüne und ÖVP. Da sind die Verluste sicherlich bei den Grünen etwas schmerzhafter mit minus 1,64%, weil man ja nicht ganz so viele Prozentpunkte vor 5 Jahren hatte und man fällt jetzt also auf 6,42% zurück. Bei der ÖVP fällt man zwar mit minus 1,15% runter, unterhalb von 50%, aber wie ich es eben gesagt habe, man verteidigt die absolute Mehrheit an Sitzen und das ist dann letztendlich auch das Entscheidende bei dieser Landtagswahl gewesen. Darum ging es der ÖVP und der ganz große Verlierer. Das sind die Sonstigen mit minus 11,26%. Aber das liegt, das hatte ich in den anderen Videos zur Wahl in Niederösterreich gesagt, das liegt daran, dass das Team Stronach nicht mehr angetreten ist, weil es in dieser Form auch nicht mehr existiert. Und das Team Stronach, das hatte vor 5 Jahren noch 9,84% erhalten und die habe ich jetzt zu den Sonstigen gezählt. Damit können wir jetzt weitergehen und uns mit der Sitzverteilung vertraut machen. 29 der 56 Sitze entfallen auf die ÖVP, 13 hat die SPÖ geholt, die FPÖ hat 8 erhalten, Grüne und Neos kommen jeweils auf 3 Sitze. Und wenn man jetzt diese Sitzverteilung anschaut und einmal auf Gewinne und Verluste schaut, dann kann man folgendes festhalten, die ÖVP verliert einen Sitz im Vergleich zur letzten Landtagswahl, die SPÖ verteidigt ihre 13 Sitze, die FPÖ gewinnt 4 dazu, verdoppelt also ihren Sitzanteil, die Grünen verlieren einen Sitz und Neos gewinnt 3 Sitze dazu. Klar, waren ja auch letztes Mal nicht dabei. Wenn wir jetzt auf die Koalitionsmöglichkeiten schauen, dann ist das eine relativ simple Sache. Die ÖVP hat die absolute Sitzzahl im Parlament und wird auch wieder die absolute Mehrheit an Landräten stellen, die ja in der Regierung vertreten sind, beziehungsweise die die Regierung bilden. Es gibt 8 Landräte und diese bilden also, wie ich gesagt habe, die Regierung in Niederösterreich, 5 entstammen der ÖVP und damit hat man also auch dort die absolute Mehrheit wieder erhalten und man konnte sie verteidigen. Trotzdem kann man sich die Frage stellen, wird die ÖVP wieder ein Arbeitsabkommen mit der SPÖ schließen? Die Frage stellt sich deshalb, weil für größere Änderungen, zum Beispiel Verfassungsänderungen, eine Zweidrittelmehrheit nötig ist und ÖVP und SPÖ hätten sowohl hier, gemessen an den Sitzen im Landtag, als dann auch bei den Stimmen der Landräte, zusammen eine absolute Mehrheit. Es ist also gut denkbar, dass die ÖVP und die SPÖ wieder ein Arbeitsabkommen abschließen werden. Halten wir aber fest, die ÖVP kann ihre absolute Mehrheit verteidigen. Das liegt vor allen Dingen an einer relativ schwachen FPÖ und Johanna Mikkel-Leitner wird also auf jeden Fall auch Landeshauptfrau in Niederösterreich bleiben und kann mit diesem Ergebnis auch zufrieden sein.